Ja, ja. Denn ich entkleid mich dabei nackt, laut Kontrakt, mit meinem Tüllkostüm beginnt die Demontage, dann mach ich Ritsch und steig aus meiner Wäsche raus, für die Entfernung der Kledage krieg ich Gage, und steh ich ganz im Freien, da gibt's Applaus. Wie eine Zwiebel will ich mich aus meinen Beuten, vor allen Leuten, schaut her ich bin's, denn meine Fülle ohne Hülle wirkt auf Männer, speziell auf Kenner aus der Provinz. Doch darum achte ich meine Arbeit nicht geringer, nur wenn ich grad im Licht mein letztes Hemd verlor, ist es als Schaumier alle Leute auf die Finger. Man kommt sich immer zu, achte Tüffel, mein Gott, jetzt steh ich hier ganz pudelnackt und verplaudere mich, aber bin ich so geknickt und mich fröstelst, drum schaudere ich. Hier zieht's ja auch wie verrückt. Wenn man ein Nackedei von Beruf ist, muss man viel niesen. Erlauben Sie Ihrem Fräulein, Tochter, nie Strip zu teasen. Auch wegen der Männer ist mein Tun nicht zu erstreben. Ich bin meist unglücklich, wenn einer mir verfällt. Was kann ich mir denn nachts noch für ne Blöße geben? Er hat ja alles schon gesehen für sein Geld. Er kennt die Blinternnarbe und die Leberflecke. Wie soll ich sagen, er kennt mein ganzes Drum und Dran. Erst neulich sagte einer in der Divan-Ecke, wenn du mich reizen willst, dann zieh dir was an. Hör ich Musik, zieh ich mich aus, das ist abscheulich. So ging's mir neulich. Ich war halbnackt, grad als im Lonegrin die Stelle mit dem Schwan kam, Karajan kam, ganz aus dem Takt. Drum ist mir klar, dass ich das nicht mehr lange tue. Ich will nicht immer dastehen, wie man mich erschuf. Noch 20 Jahre und dann setz ich mich zurück. Das ist ein ganz und gar nicht anziehender Beruf.